So, fangen wir jetzt aber mal an, über Antisemitismus zu sprechen. Da ist ja eigentlich erstmal die Frage, warum müssen wir eigentlich nochmal über Antisemitismus sprechen? Wir haben doch jetzt schon im letzten Zündfunken über Rassismus gesprochen. Warum also jetzt nochmal gesondert den Antisemitismus sich vornehmen? Man kann ja eigentlich auch sagen, eigentlich ist ziemlich klar, was Antisemitismus ist. Und jeder versteht das auch so. Wenn jemand antisemitisch ist, dann hegt er eine Feindseligkeit gegenüber Juden, weil sie Juden sind. Das hört sich jetzt tautologisch an, aber das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Hintergrund von so rassistischen Urteilen. Die machen keinen Sinn. Handlungen, Gedanken und gesellschaftliche Lage von Menschen werden nicht aus dem Inhalt der Gedanken oder dem Inhalt der Handlung erklärt. Und auch nicht aus den Gründen, die für diese gesellschaftliche Lage sorgen, sondern eben dann aus der Natur des Menschen heraus. Da ist dann wirklich das, weil er Jude ist, schon die Begründung. Man kommt also irgendwie mit so einer Beobachtung auf den Plan. Das ist jetzt ein bisschen eine Wiederholung, auch was wir in dem Rassismus-Zündfunken besprochen hatten. Man kommt mit einer Beobachtung irgendwie daher. Die Beobachtung selbst, die mag schon wahr sein, muss sie aber auch nicht mal. Man kann sich da auch irgendwas fantasieren oder irgendwie anekdotisch zurechtbinden. Aber irgendwie muss es halt schon ein Sachverhalt sein, auf den man sich bezieht und den man erklären will. Zum Beispiel, Türken sind oft arbeitslos. Dann fragt man sich, warum ist das so? Die Antwort der Rassisten ist dann ganz klar, weil sie Türken sind. Und als Türken sind sie quasi per Natur faul, dumm, arbeitsscheu oder welche natürliche Eigenschaft auch immer dem Menschen damit dann zugeschrieben werden soll. Der Antisemitismus, der ist also eine Form des feindlichen Rassismus. Warum sage ich feindlichen Rassismus? Ja, weil in diesem Rassismusbegriff steckt das Anti schon mit drin. Und natürlich gibt es auch positive, ich sag mal freundlichere Formen, affirmative Formen des Rassismus, wie etwa zum Beispiel den Philosemitismus oder auch die besonders positiven Eigenschaften, die ein Hitler einem Aria zuschreiben wollte, über die wir heute auch noch zu sprechen kommen. Auf jeden Fall ist der Antisemitismus also eine Form des feindlichen Rassismus, die gesellschaftliche Zustände oder Haltungen auf die Natur desjenigen zurückführt, der da als Jude bezeichnet wird. Die Vorstellung ist also, weil jemand Jude ist, denkt, sagt oder tut er bestimmte, in diesem Fall schlechte Dinge. Damit ist zwar lange noch nicht erklärt, welche Vorurteile konkret über Juden im Umlauf sind, aber dass es um Feindseligkeiten gegenüber Juden geht, weil sie Juden sind, wieder dieser rassistische Fehlschluss, das weiß dann wirklich irgendwie doch jedes Kind. Und darin gibt es eigentlich auch, um nochmal auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, warum nochmal Antisemitismus machen, da gibt es eigentlich keinen Unterschied zu anderen feindlichen Rassismen. Trotzdem gibt es um den Begriff des Antisemitismus einen großen Streit. Es existieren verschiedene Definitionen, sogenannte Definitionen, und ganze Regierungen bekennen sich zu bestimmten Auslegungen. Philosophen, Psychologen und Historiker bemühen sich selbst seit 80 Jahren nach dem Holocaust bis heute noch darum, den Antisemitismus zu erklären. Daraus kann man wohl schließen, dass sie bis heute nicht so richtig wissen, was er eigentlich ist. Oder aber zumindest Leute unterwegs sein müssen, die den Begriff in ihrem politischen Interesse bestimmen wollen und deswegen gar keine sachliche Erklärung anstreben. Es kommt dann sogar vor, dass Juden, die sich selbst auch als Juden identifizieren, selbst als Antisemiten bezeichnet werden. Dass Netanyahu mit bekennenden Antisemiten kooperieren kann, die er als seine Freunde bezeichnen kann. Oder dass Impfgegner aufgrund ihrer Position pauschal als antisemitisch gebranntmarkt werden. Der Begriff des Antisemitismus ist jedenfalls trotz umfangreicher wissenschaftlicher Anstrengung durch fortwährende Psychologisierung, Mystifizierung und Vernebelung heutzutage scheinbar sehr schwer greifbar geworden. Am besten soll man sich eigentlich immer irgendwie grübelnd oder staunend geben über etwas so furchtbar Böses, dass es das zum Holocaust führen konnte. Kurzer Fun Fact, weil wir ja auch zu Adorn und Horkheimer und deren Theorie über Totalitarismustheorie ein bisschen gesprochen haben in der Folge, wo es um Faschismus falsch erklärt ging. Das ist eigentlich so eine Art, ja, eigentlich fast ein voraufklärerischer Standpunkt. Wenn jemand die Dialektik der Aufklärung gelesen hat, das ist eigentlich der Standpunkt, in dem man sich die Sache eigentlich gar nicht mehr erklären will, sondern sie mystifiziert irgendwelche Geister in den Baumgott reinliest oder sowas und sich damit die Welt erklärt. Also ein voraufklärerischer Standpunkt gleichzeitig, bei denen auch ein Standpunkt, zu dem die dann irgendwie auch wieder hin zurück wollen, die Erklärung der Sache an sich mit dem Gedanken, dass man sie wirklich tatsächlich irgendwann erfasst hat, das ist dann quasi schon der Übergang zum Totalitarismus. Aber das ist mal ein kurzer Exkurs. Falls ihr Interesse daran habt, schaut euch diese Folge an. Den Antisemitismus einmal richtig zu erklären oder vielleicht sogar einfach zu erklären, das verbittet sich oft regelrecht. Ihn verständlich zu machen, ihn also quasi zu rationalisieren, das würde ihn ja dann irgendwie schon logisch nachvollziehbar machen und damit in den Augen einiger, vielleicht sogar vieler demokratischer Denker moralisch rechtfertigen sogar. Da ist also eine Begriffslosigkeit unterwegs und die ist auch eingefordert. Und die Folge aus dieser gewollten Begriffslosigkeit ist, dass eigentlich heutzutage jeder als Antisemit gelten kann, ohne überhaupt zu wissen, warum eigentlich. Antisemit zu sein erfordert gar nicht mehr, dass man ein Rassist ist oder auch nur etwas gegen Juden hat heutzutage. Das merkt man zum Beispiel, wenn Impfgegner, ich weiß nicht, mit so einem Davidstern, mit der Aufschrift umgeimpft herumrennen und dann wegen Volksverhetzung in Gestalt von Holocaust-Relativierung verurteilt werden und dann aber auch als Antisemiten gelten. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass manche von denen das vermutlich zu Recht auch abstreiten würden, weil sie doch in ihrer Gegnerschaft gegen die staatlichen Impfmaßnahmen das Leid der Juden anerkennen und sich in einer ähnlichen Rolle wähnen. Das ist inhaltlich natürlich völliger Blödsinn, aber das ist erstmal kein Judenhass. Antisemitismus wird zu einer Art menschlichen Defekt, einem psychologischen Mangel, den man in den Griff bekommen muss. Und nochmal eine kurze Sidenote. Wenn man diese Perspektive akzeptiert und den Antisemitismus als in der menschlichen Psyche verankert betrachtet, da könnte man sich eigentlich kurz fragen, was soll denn dann eigentlich an dem verwerflich sein, wenn er doch angeblich in der eigenen Natur liegt und man nichts dafür kann. Nun, diese Haltung, die dient natürlich dann trotzdem noch etwas, nämlich zweierlei Dinge, die will ich jetzt mal aufzählen, nämlich der spezifisch deutschen Erzählung über die Singularität des Holocaust, die Einzigartigkeit des Holocaust. Diese Singularität und Einzigartigkeit soll nicht nur historisch behauptet, sondern auch logisch bewiesen werden. Es geht dabei nicht nur darum, dass eine große Zahl von Menschen ermordet wurde oder dass dies auf so geplante und effiziente Weise geschah, sondern auch darum, dass der Holocaust als größtes Verbrechen der Menschheitsgeschichte eine einzigartige wissenschaftliche Basis haben soll. Wohlgemerkt, der Holocaust an den Juden, außereuropäische Opfer oder auch schon Roma und Sinti, zählen dagegen nicht so richtig. Wenn Holocaust gesagt wird, ist eigentlich was anderes gemeint. Nur so, nur wenn es wahr ist, dass der Holocaust nicht aus normalen bürgerlichen Ideologien wie Volk, Nation und Rassismus tatsächlich abgeleitet werden kann und wenn man das als Deutscher nachvollzogen hat, nur dann kann sich Deutschland mit der Glaubwürdigkeit des geläuterten Täters weltweit als Schutzpatronen der Juden und der Menschheit positionieren. Außerdem verleiht die vermeintliche Singularität auch Deutschland eine gewisse perverse Singularität. Vor Erinnerungsweltmeister, der Deutschland heute ist, war Deutschland bereits Genozidweltmeister und wird es auch bleiben. Deutschland ist dann quasi die einzige Nation, die sich über die Möglichkeit des Holocaust bewusst wurde, weil sie sie praktiziert hat und diese in sich dann überwunden hat und das macht es zur moralischen Autorität und verschafft ihm Legitimation für die Einmischung und seinen Imperialismus weltweit. Stichwort Auschwitz in Serbien verhindert 1999. Deshalb muss ständig betont werden, wie unfassbar und ungeheuerlich der Antisemitismus ist, wie latent die Gefahr eines Rückfalls hier und weltweit bleibt und dass Auschwitz immer und überall verhindert werden muss. Jeder Versuch, Antisemitismus konkret zu erklären oder Parallelen zu anderen Formen des Rassismus aufzuzeigen, wird regelrecht abgewertet. Definitionen wie die IRA-Definition zum Beispiel, IHRA, International Holocaust Remembrance Association-Definition, die ja auch die Inhalte der neuesten Bundestags- Antisemitismus-Resolution eigentlich ausmachen, die bemühen sich gar nicht mehr darum, den Inhalt des Judenhasses zu bestimmen, sondern definieren ihn anhand anderer Standpunkte, also sachfremder Standpunkte, nämlich Standpunkte zu Israel. Diese Definition zum Beispiel, mit der wir uns dann auch in der nächsten Folge genauer beschäftigen, erklärt gar nicht mehr den Inhalt der Judenfeindschaft, sondern will diese gleichsetzen mit etwas anderem, nämlich der Israel-Feindschaft. Judenfeindschaft wird also gar nicht für sich erklärt, sondern mit der Erklärung eines anderen Gegenstands gleichgesetzt. Jetzt gilt also zweierlei. Einerseits, Antisemitismus ist schwer oder gar unmöglich zu fassen. Andererseits ist heute ganz klar und einfach, dass fast alle Sorten der Kritik, aber auf jeden Fall alle Sorten der Feindschaft, gegenüber Israel Antisemitismus sind. Bist du mal weitermachen? Du bist ja wieder da. Genau. Heutzutage gilt, wer Israel kritisiert und wenn er schon Kritik an der Regierung übt, also nicht mal an dem ganzen Projekt an sich, sondern die Regierung stärker kritisiert, dem Staat zumindest nicht dem Erfolg in seiner Selbstbehauptung wünscht, der ist ein Antisemit. Die Gleichsetzung von Jude und Israeli, auf der auch der israelische Staat besteht, funktioniert heute auch rückwärts. Wer nicht für den Staat Israel ist, hat etwas gegen die jüdische Glaubensgemeinschaft. So dient der Begriff des Antisemitismus beziehungsweise die Verwirrung darum heute also zwei Zwecken. Erstens stärkt er die Ideologie der Einzigartigkeit des Holocausts und zweitens legitimiert er die israelische Politik und die Politik ihrer mächtigen Unterstützerstaaten. In dieser Sicht muss man kein Rassist sein oder rassistische Ideen hegen, um als Antisemit zu gelten. Es reicht schon, einer bestimmten Logik zu folgen. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Zum Beispiel Bill Gates als Weltverschwörer zu sehen, der Menschen mit Nanobots kontrollieren will. Das Entfernen jedes rassistischen Inhaltes aus dem Begriff des Antisemitismus macht es erst möglich zu behaupten, dass Israel Feindschaft nicht nur mit Antisemitismus verbunden sein kann, sondern tatsächlich Antisemitismus ist. So kann jemand kein einziges negatives Urteil über Juden als Juden haben und dennoch als Antisemit gelten, weil er etwas gegen Israel hat oder einen Quatsch über beliebige Eliten berichtet. Wer gegen Israel oder die zionistische Lobby redet, muss heute wohl Antisemit sein, selbst wenn er gar keine rassistischen Gedanken hegt. Antisemitismus wird zu einer Ideologie, die scheinbar nichts mehr mit Juden zu tun hat, aber die moralische Verurteilung des Judenhasses und des Holocaust bewahren soll. Die geringe Zahl der Juden in Deutschland macht sie auch abstrakt. Die meisten Menschen hier kennen gar keine. So lässt sich auch eher ein solcher abstrakter Hass unterstellen. Antisemitismus gilt als das ultimativ Böse, was seit dem Holocaust unumstritten ist und das niemand zu bestreiten wagt. Somit ist der Vorwurf des Antisemitismus auch der ultimative moralische Vorwurf. Aus all diesen Gründen ist es wichtig, sich einen klaren Begriff von Antisemitismus zu machen. Entgegen aller deutschen Mystifizierungen und entgegen der pro-israelischen Propaganda ist das nämlich nicht nur möglich, sondern eigentlich sogar erstaunlich einfach. Was Antisemitismus ist und in welcher Form tritt er eigentlich spätestens seit den Nazis auf, das wollen wir heute mal in Ruhe ein bisschen besprechen miteinander. Obwohl wir das jetzt bereits angekratzt haben, wird es dann auch noch eine eigene Folge geben, das haben wir ja schon gesagt. Da gehen wir auf Missverständnisse zum Antisemitismus ein, die heute verbreitet sind, wie zum Beispiel die Schlussfolgerung dass Feindschaft gegen Israel gleich Antisemitismus ist. Das werden wir dann in aller Ruhe debanken. Eine letzte Sache vorweg. Das Thema ist in Deutschland, wie gesagt, mystifiziert und ultramoralisch aufgeladen, weil Antisemitismus wegen der industriellen Judenvernichtung und der deutschen Nachkriegsinterpretation davon wie eine biblische Ursünde behandelt wird. Den Begriff finde ich sehr cool an der Stelle tatsächlich. Ursünde ist etwas, was in uns allen drinsteckt, sozusagen könnte man sagen. Die Ursünde ist ja auch dem Menschen angeboren. Es gibt fast keine gute Kritik des Antisemitismus hierzulande. Es gibt nur Antikritik. Das hat die Konsequenz bei Parteigängen des deutschen Nachkriegs Anti-Antisemitismus bis hin zu seinen radikalisierten Antideutschen. Dass diese in jeder Debatte um die Klärung des Begriffs regelt nach einem Hinweis für ihre besonders weit konstruierten, also falschen Begriff von Antisemitismus fahnden. Und wer möglichst als erster Auschwitz oder sechs Millionen Juden sagt, um sich dann als moralisch überlegene Person darzustellen und den anderen in die Ecke des absolut Bösen, des Fiesen zu stellen. Einerseits. Andererseits, wenn man dieses dumme Verfahren kennt, sind die Gegner dieser deutschen Moraltour nicht selten bemüht, den Begriff Antisemitismus mit größter Übersorgfalt eigentlich gar nicht mehr zu verwenden. Selbst wenn er korrekt ist. Und der Ideologie einen anderen Namen zu geben, um moralischen Abqualifizierungen zu entgehen. Oder auch so was zu sagen wie, ja, die sind ja gar nicht Antisemiten, beziehungsweise die können nicht Antisemiten sein, weil sie sind ja Araber und Araber sind auch Semiten. Also so richtig so dran vorbeireden an dem, was der Antisemitismus eigentlich bedeuten soll. Einfach und damit eigentlich bestätigen, dass man weiß, was Antisemitismus eigentlich für ein Scheiß ist, aber einfach dann anhand von irgendwelchen rassischen Punkten das versuchen zu entkräften. Völliger Blödsinn. Es gibt ja auch de facto einfach auch falsche Übergänge von Kritik am zionistischen Projekt, die dann im Antisemitismus enden. Das ist ja auch einfach, kann man jetzt auch nicht wegreden. Und auch da wird dann gerne ein wenig laviert. Also, beides ist falsch, das hatten wir schon. Ne, genau, beides ist falsch und unsere Sache nicht. Was Antisemitismus ist, Antisemitismus und damit den Begriff andersrum, wenn er korrekt bestimmt ist, auch ordentlich gefasst. Wenn etwas als Antisemitismus bestimmt ist, dann ist das erstmal auch nichts anderes als ein gedanklicher Fehler. Also Antisemitismus an sich, bloß weil wir ihn herleiten, den Antisemitismus, heißt das nicht, dass er irgendeine Richtigkeit hat. Das ist immer noch eine Ideologie. Eine mit historisch äußerst blutiger Konsequenz, gerade wenn er Staatsprogramm wird, aber im Ursprung erstmal ein Fehler, Ideologie. Und genau deshalb auch ein Gegenstand der Kritik und kein Grund, den Träger des antisemitischen Gedankens sofort ins Abseits zu stellen, sondern im Gegenteil, man klärt die Person dann auf, damit sie damit aufhört. Dafür muss man aber auch wissen, was Antisemitismus ist. Also, wie erklärt man Antisemitismus? Und dazu kommen wir jetzt. Und natürlich haben wir auch den Genossenschauer. Jetzt ist er da. Ist nicht ganz mittig, aber ist ja auch okay. Es war ja auch die DDR. Jetzt ist er sauer. Jetzt ist er böse. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall auch noch den Marek mit dem Rücken und dann fühlen wir uns gut. Ganz kurz, weil das nicht beantwortet ist, ist das ein Honecker-Porträt? Ich weiß es nicht, das musst du mir dann nicht fragen. Achso, mehr hoch, mehr damit gemacht. Ja, genau, weil da irgendwer gesagt hat, ja, wir setzen uns jetzt bestimmt mit IHRA-Definitionen und Jerusalemer-Definitionen auseinander. Nee, wir fangen mal wirklich richtig von vorne an und machen jetzt nicht irgendwelche Definitionen von irgendwelchen Gruppen, sondern sagen jetzt einfach mal selber, und das könnt ihr meiner Ansicht nach auch, was ist Antisemitismus? Ein bisschen was haben wir jetzt schon gesagt. Antisemitismus, der ist doch eigentlich ein Rassismus, oder? Wir hatten ja schon gesagt, eigentlich sollte ja relativ klar sein, was Antisemitismus ist, nämlich ein negatives Urteil, ein Fehler, aber ein negatives Urteil gegen Juden, nämlich begründet in deren Natur als Juden. Kurz gesagt, ein Rassismus gegen Juden. In seiner Keimform so, also gar nichts anderes als ein Rassismus gegen schwarze Araber, Türken, Muslime, Asiaten und die ganzen Urteile und Vorurteile, die es über diese so gibt, welche über diese so berichtet werden. Wo liegt dann also das begriffliche Problem? Warum erscheint das so kompliziert? Naja, eines der verbreitetsten Argumente dafür ist, dass Antisemitismus, oder eines der verbreitetsten Argumente dafür, dass Antisemitismus nicht Rassismus sei, lautet, im Rassismus, da geht es um Abwertung von Menschen, im Antisemitismus hingegen, würden den Juden eine Übermacht zugeschrieben. Und manchmal wird diese Abwertung mit den Übermachtsfantasien sogar kombiniert, was widersprüchlich ist. Dies sei ein grundlegender Unterschied zwischen dem Antisemitismus und anderen Formen des Rassismus. Auch wenn wir da jetzt im Detail wirklich drauf eingehen werden. Wie gesagt, schnallt euch an, das geht noch ein paar Stündchen. Aber da wollen wir direkt erstmal was entgegenhalten. Nämlich, dieser Ansicht liegt ein falsches Verständnis davon zugrunde, was Rassismus eigentlich ist. Im Kern geht es im Rassismus nicht primär um Abwertung. Das ist gar nicht der Inhalt von dem Rassismus. Sondern es geht um die Erklärung und Legitimation von Denken und Handeln oder einer gesellschaftlichen Lage von irgendeiner Gruppe oder von irgendeiner Gruppe von Menschen aufgrund ihrer Natur. Diese Logik, die kann ganz verschiedene Formen annehmen. und sowohl abwertende als auch aufwertende Urteile beinhalten. Also sowohl positiv als auch negativ sein. Zum Beispiel, die Deutschen sind fleißig. Warum? Weil sie Deutsche sind. Jetzt haben die im Blut. Darauf kommen wir dann auch gleich noch detaillierter. Diese Art von positive Rassismen gegenüber Deutschen hat ein gewisser Herr Adolf Hitler sehr intensiv gepflegt. Die Tatsache, dass Rassismus in so unterschiedlichen Erscheinungsformen auftreten kann, widerspricht also nicht der gemeinsamen Bestimmung. die wir gerade gebracht hatten. Rassismus gegen Schwarze zum Beispiel. Der zeigt sich oft in so Animalisierung schwarzer Menschen. Die seien also getrieben irgendwie von ihren tierischen Instinkten. Und Rassismus gegen Russen heutzutage richtet sich gegen deren vermeintlich martialische, kriegerische Kultur, wie die Gaubs sagen würde, deren Verhältnis zu Gewalt. Die sind da irgendwie anders als wir Europäer. Ganz alte rassistische Stereotype über Muslime, Türken und Araber damals, stellen die als besonders schlau und hinterlistig dar. Ganz ähnlich wie bei den Juden. Und früher wurden im Talmud und der Tora auf ähnliche Art und Weise böse und gottlose Elemente gefunden, wie in jüngster Zeit quasi in einem Koran. Rassismus gegen Chinesen heutzutage identifiziert Chinesen mit Hörigkeit und Unterwerfung, aber auch gleichzeitig mit Fleiß, Bildungsaffinität und auch sowas, was man mittlerweile so Verschwörungsideologien nennen kann. Ja, die Chinesen, die kontrollieren ganz einfach die ganze Welt und die haben Corona in die Welt gesetzt und so weiter. Rassismus für Juden, also Philosemitismus, behauptet manchmal und das kann man heutzutage auch ganz offen in der Frankfurter Allgemeine Zeitung schreiben, dass Juden hochintelligent seien. Rassismus gegen Juden stellt sich zugleich gegen Juden stellt sich zugleich als degeneriert dar, als hässlich und dem nordischen Typus nicht ebenbürtig. Rassismus für Aria denkt sich den Aria als eigentlich groß, stark, fleißig etc. Und da kann man auch sagen, so ganz passt das dann auch wieder nicht. Bedenkt man die berüchtigten Karikaturen zu Juden, zum Beispiel in dem Stürmer und auch in dem Propagandafilm Der ewige Jude, das ist natürlich was, wo Daniel sich auch gut auskennt, da wird explizit gesagt, dass die Juden in Deutschland nicht mehr so auffallend sind, weil sie schon mit arischem Volk durchmischt sind. Also die Urjuden in Osteuropa, die seien in ihrer Degeneriertheit noch deutlich zu erkennen, während man die hier hierzulande gar nicht mehr ordentlich erkennt. Gehe ich ganz kurz rein. Das ist tatsächlich so im ewigen Juden, dass sie am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe den erst einmal gesehen, so leicht zu greifen ist der gar nicht, dass sie am Anfang halt so eine Gruppe von Menschen zeigen und dann sagen, ja und ein paar davon sind Juden, aber die sehen ja aus wie wir und damit ist natürlich das arische Wir gemeint und das läge eben an dieser Durchmischung und man müsste jetzt nach Osteuropa gehen und da haben sie dann in den Städteles beziehungsweise damals, glaube ich, auch schon in den Ghettos, müsste zeitlich passen, da haben sie dann halt besonders dem semitischen oder antisemitischen Stereotyp entsprechende Menschen rausgesucht mit besonders hakigen Nasen, mit besonders schmolligem Mund und sowas und sagen, ja und so sehen sie eigentlich aus, wenn sie nicht schon ein wenig durch das arische Blut aufgewertet sind. Es ist knallhart. Also die Juden wurden dann ja direkt mit Schädligen wie Ratten gleichgesetzt, nicht mit den Feldherren oder Ähnlichem zum Beispiel. Dennoch, das sind alles Rassismen und da, weil da ja auch gerade jemand wieder in den Chat gesagt hat, dass Rassismen sind es erst, wenn das mit einer Wertung einhergeht. Nee, nee. Ein Rassismus, die erklären sich den Willen und das Handeln oder die gesellschaftliche Lage einer Person oder Gruppe aus deren vermeintlicher, jedenfalls feststehender, unhintergehbarer Natur heraus. Woher diese Idee stammt und wie sie funktioniert, da müsst ihr wirklich, also wir wollen jetzt nicht nochmal den ganzen Rassismus neu machen, aber da müsst ihr wirklich den letzten Zündfunken schauen. Das ist natürlich hier nur das Resultat, was ich präsentiere. Um das wirklich nachzuvollziehen, muss man diese Erklärung auch hören. Aber das ist auf jeden Fall der Ausgangspunkt, von dem wir jetzt ausgehen. Nochmal, dass ein Rassismus, also eine bestimmte Erscheinungsform annimmt und einer Menschengruppe etwa sowohl Minderwertigkeit als auch Übermacht und das vielleicht sogar gleichzeitig zuschreibt, ist tatsächlich nicht bei allen Rassismen der Fall. Das widerspricht jedoch nicht der oben genannten Bestimmung des Rassismus, wenn das mal in einem, bei beiden, äh, beides der Fall ist. Um Spezifika des Rassismus namens Antisemitismus zu verstehen, reicht es daher aber tatsächlich auch nicht einfach zu sagen, Antisemitismus ist Rassismus, fertig, aus, ist Rassismus gegen Juden. Weil das widerspricht einerseits zwar nicht der Aussage, dass Antisemitismus auch ein Rassismus gegen Juden ist, aber der Inhalt des rassistischen Urteils, der kann natürlich unterschiedlich sein, um zu verstehen, was jetzt dieser spezifische Rassismus ist. Wie wenn ich verstehen will, was sind eigentlich die Urteile und Fehlurteile, die zu einer islamophoben rassistischen Haltung führen. Auf die gleiche Art und Weise muss ich mich natürlich auch dem Antisemitismus nähern. Was nochmal nicht sagt, dass es kein Rassismus ist. Spätestens seit den Nazis hat der Antisemitismus einen recht besonderen Urinhalt bekommen. Spätestens, sage ich, weil das ging eigentlich schon vorher los, aber nicht so viel früher als das. Und der existiert auch heute noch. Wenn auch gleichzeitig neben diesem klassischen Nazi-Antisemitismus, sage ich mal, auch noch viele andere Antisemitismen unterwegs sind. diese Form, die der Nazi-Antisemitismus da bekommen hat, ist zwar nicht einmalig, aber dennoch eine Besonderheit und prägt bis heute die dominanten Ausdrucksformen des Antisemitismus. Und deswegen gilt es auch, über die zu reden. Es ist also an der Zeit, mal zu erklären, was war eigentlich der Antisemitismus der Nazis? Und damit dann darauf zu kommen, was ist der heute noch existierende Antisemitismus? Genau, wir haben dazu ja auch schon mal gesprochen, ihr könnt euch erinnern, wir haben diesen langen Faschismus, zweiteiligen Faschismus zu den Funken gemacht und da haben wir den, weil es einfach notwendig ist, das kurz einzuordnen, haben wir auch über den Antisemitismus der Nazis gesprochen. Deswegen gibt es nur einen kleineren Abriss, aber fangen wir am besten mal mit zwei Zitaten an, weil das erste macht schon recht klar, wie Hitler die Opposition zu den Juden gesehen hat. Und zwar macht er das nicht an einem Zitat über Juden, sondern an einem Zitat über den guten Deutschen den Aria in seiner Idealform. Das ist ein Zitat aus meinem Kampf. Da sagt er, ich sage es jetzt mal nicht in Hitler-Sprech, weil das Thema ein bisschen zu ernst ist, der Aria ist nicht in seinen geistigen Eigenschaften an sich am größten, sondern in dem Ausmaß der Bereitwilligkeit, alle Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Der Selbsterhaltungstrieb hat bei ihm die edelsten Formen erreicht, indem er das eigene Ich dem Leben der Gesamtheit willig unterordnet und, wenn die Stunde es erfordert, auch zum Opfer bringt. In der Hingabe des eigenen Lebens für die Existenz der Gemeinschaft liegt die Krönung allen Opfersins. Man merkt kaum, dass man es mit einer rassistischen Äußerung aus meinem Kampf zu tun hat. Das sind tatsächlich eigentlich schon mal ganz übliche Gedanken. So wünschen sich viele auch ideale Staatsbürger. Und dieser Idealismus, dass der ideale Mensch oder der Staatsbürger einer ist, dessen Selbstverwirklichung nur im Dienst aufgeht, am Ganzen und dafür dazu bereit ist, sich zu opfern in der Kriegsmaschinerie, dass es auch ein in der Demokratie weit verbreitetes und vor allem in Kriegszeiten sehr gern gesehenes Ideal. Der letzte Teil ist dabei fast identisch mit dem Diensteid der Bundeswehr. Der Typ, den Hitler sich da vorstellt, ist also nichts anderes als ein idealer Staatsbürger. Auch heute noch. Jemand, dem man nicht sagen muss, dass er im Sinne des Staates und was er da zu tun hat, zu agieren hat, das macht er freiwillig und aus sich heraus bewegt. Er prescht vor. Man muss ihn quasi zurückhalten, um dafür zu sorgen, dass er nicht über die Grenzen, übers Ziel hinausschießt. Das Rassistische daran ist, dass diese staatsbürgerlichen Eigenschaften begründet werden in einer Natur. In dem Fall tatsächlich sogar richtig mit Blut- und Bodengenetik der Deutschen. Und zwar im Aria. Nochmal, das ist hier halt dann einfach ein positiver Rassismus. Eine Naturalisierung von Eigenschaften in einem imaginierten Bezug. In dem Fall die Deutschen, die dann zurückgegangen sind auf was weiß ich was alles. Angeblich sogar Atlantiden haben so manche Leute behauptet. Zitat aus meinem Kampf über Juden nun. Das ist jetzt wichtig. Passt also mal auf. Der Aufopferungswille im jüdischen Volk, das Gegenstück, geht über den nackten Selbsterhaltungstrieb des Einzelnen nicht hinaus. Den Juden leitet nichts als nackter Egoismus der Einzelnen. Daher ist auch der jüdische Staat vollständig territorial unbegrenzt. Staatenlosigkeit. Denn eine bestimmte räumliche Fassung eines Staatsgebildes setzt immer eine idealistische Gesinnung der Staatsrasse voraus. Besonders aber eine richtige Auffassung des Begriffes Arbeit in dem Maße, in dem es an dieser Einstellung mangelt, versagt auch jeder Versuch zur Bildung, ja sogar zur Erhaltung eines räumlich begrenzten Staates. Der Jude ist immer nur Parasit im Körper anderer Völker. Wo er auftritt, stirbt das Wirtsvolk nach kürzerer oder längerer Zeit ab. Es ist also wirklich das genaue Gegenstück. Wir gehen mal ins Detail. Welcher Typ wird hier eigentlich vorgestellt? Einer, der zur Arbeit ein kritisches Verhältnis hat, nicht jederzeit bereit ist, sich und seine Lebenszeit zu opfern, einer, dem es an einem Rasseidealismus mangelt und der sich deswegen nie mit einem Staatsgebiet zufrieden gibt, weil ihm die räumliche Begrenzung nicht passt. Jemand, der über seinen eigenen Selbsterhaltungstrieb nichts kommen lässt, jemand, der auf seine eigenen Interessen schaut und der über die nichts kommen lässt und sich nicht aufschwingen lässt, zu einem übergeordneten Standpunkt der Nation. Ja sogar einer, wenn er sich ausbreitet in einem Volk, den ganzen Staat ruiniert, ein zersetzendes Element. Unterschied zum Aria, natürlich gibt es den Aria-Typ nicht überall, aber Staatsidealisten, die Leben für Staat und Nation geben wollen, gibt es genug. Das, was der Hitler sich unter einem Juden vorgestellt hat, also richtig ein Archetyp eines antinationalen Egoisten, ja, deklinieren wir es mal weiter, vielleicht sogar Kommunisten, den gibt es in der Realität so gut wie nie. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn es den öfter gäbe, dann wären wir ein paar mehr. Spaß beiseite. Der Antisemitismus bei den Nazis war also der Wahn, die Juden als Fremdvolk aus dem deutschen Volkskörper auszuschließen. Ein Volk, das sich eingenistet hat und für alles verantwortlich gemacht wurde, was das ansonsten perfekt geeinte und komplett untadelige deutsche Volk an Schranken, Misserfolgen und sonstigen Ärgernissen erlebte. Sogar nicht nur in Deutschland würden die Juden dieses antideutsche, antinationalistische Verhalten an den Tag legen, sondern auch im Ausland, zum Beispiel bei den Kriegsgewinnlern des Ersten Weltkrieges und natürlich ganz wichtig in der Sowjetunion als jüdische Bolschewisten sowieso. Aber wie kamen sie eigentlich auf die Idee? Die Nazis stellten sich folgende Frage. Wie kann es sein, dass die großartige deutsche Nation, die zu dem bestimmt ist und beziehungsweise solches verdient hat, in einem Weltkrieg nicht nur besiegt, sondern gedemütigt wurde und sich seitdem nicht mehr auf die Füße stellen kann? Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit, Reparationszahlungen, für den Nazi war die verkommene Lage der Deutschen in der Welt ein Affront gegen seinen Anspruch an sein Volk und seine Führung. Der Deutsche hätte es sich nicht nur nach dem Krieg durch seine Intelligenz und Tüchtigkeit wieder erheben und erfolgreich werden müssen, sondern er hätte den Krieg gar nicht erst verlieren dürfen. Irgendwas muss also grundlegend schiefgelaufen sein. Was aber? An der unfehlbaren deutschen Mannschaft, die ja für sich historisch geradezu dazu bestimmt ist, dominant zu sein, da kann es ja nun nicht dran gelegen haben. So schauten die Nazis in die Welt und suchten und entdeckten überall schädliche Elemente. Einerseits gab es die Finanzkapitalisten der Welt, schlimmer noch, die Deutschlands, die sich angeblich nicht um die nationale Wiederauferstehung kümmerten, sondern auf die Maximierung ihrer Profite auswahrenden. Ja, was auch denn sonst? Und Deutschland, die Kredite und Investitionen vorenthielten, die für den Wiederaufbau benötigt werden. So forderte zum Beispiel der dicke Herrmann die Brechung der Zinsknechtschaft. Unter Brechung der Zinsknechtschaft verstehen wir die Beseitigung der tyrannischen Geldgewalt der Börse in Staat und Wirtschaft, die das schaffende deutsche Volk ausbeutet, moralisch verseucht und zum nationalen Denken unfähig macht. Also Zinsknechtschaft entschuldigt hatten wir gerade. Dann war da noch die Arbeiterbewegung, die Sozialisten und die Kommunisten. Die waren den Nazis natürlich auch einen Dorn im Auge. Die störten nicht nur den täglichen Betrieb durch Arbeitskämpfe, sondern die agitierten sogar gegen die Sache der Nation, gegen Krieg, zum Sturz des deutschen Staates, riefen sogar einige auf, wollten Revolutionen und stellten sich kritisch zu dem Imperialismus, den Deutschland eigentlich wieder vorhatte. Kurz, die stellten sich auf als Feinde der bestehenden Ordnung sowie deren Erfolg in der ganzen Welt. Es gab auch Menschen, die mit liberalen Ideen hausierten, also ja, so aufklärerische Leute, die unterwegs waren, sich als liberal sahen. Der Liberalismus war damals sehr groß entkommen. Die kritisierten völkischen Nationalismus, die traten für eine kosmopolitische Weltsicht ein. Die wollten eine Reform des traditionellen Wertesystems und in dieser Zeit entstanden dann auch so, ja, Frühform, man könnte die heute vielleicht sogar so LGBTQ+, Frühform, frühfraministische Bewegung und so nennen. Nicht zuletzt, also, was haben wir gesagt? Finanzkapital beziehungsweise die Zinsknechtschaft, dann die Arbeiterbewegung, die Sozialisten, die Kommunisten, die Liberalisten und nicht zuletzt gab es eine große Zahl von für die Nation unproduktiver Menschen, also so eine Art Überbevölkerung, die arbeitslos waren, die für das Niveau der Produktivität des deutschen Kapitals oder des deutschen Kapitalismus quasi nutzlos waren, ein sogenanntes Lumpenproletariat und die lebten von den Elementen des Staates und machten keine Anstalten, weil sie es auch gar nicht konnten, ihre Lage zu ändern. Auch über die hat sich Hitler zum Beispiel groß aufgeregt, als er da, glaube ich, in Wien unterwegs war. Diese Gruppen, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Also reiche Finanzkapitalisten, mittelständische Kleinbürger mit liberaler Freizeitgestaltung in den goldenen Zwanzigern, Kommunisten, Arbeitslose, Obdachlose. Aus Sicht der Nazis ging der antinationale antideutsche Geist überall umher, in der gesamten Gesellschaft. Was war also all diesen Leuten gemein? Irgendwas muss den Gemein sein, wenn man das als ein Problem ansieht. Aus Sicht der Nazis konnte das aber, und das ist extrem wichtig, das zu verstehen, dass der positive Rassismus ausschlaggebend, denn das kann nicht an dem perfekten, tadellosen Aria liegen, weil er ja angeblich perfekt und tadellos war, weil er angeblich Aria ist und es in seiner Natur liegt. Es musste also manipuliert worden sein. Eigentlich, fettgeschrieben, hätte er das Wohl der Nation im Sinn haben sollen, doch offensichtlich handelte er gegen seine Natur. Da kann man fast sagen, dass es mit der Natur nicht so weit her sein kann, wenn der Aria sich von anderen davon abbringen lässt, das fiel dem Nazi anscheinend nicht auf, aber das ist ja, wie gesagt, das ist dieser rassistische Fehler, den alle Leute machen, wenn sie so denken. Für den Nazi war klar, der gute, tadellose Deutsche wird von einem nicht-deutschen, also nicht-arischen Element zurückgehalten. Also suche nach dem Fremdkörper, im Volkskörper, der Jude. Das Wort Antisemitismus, das wurde überhaupt nur geprägt, um Juden zu exotisieren und als semitisch im Gegensatz zu europäisch beziehungsweise deutsch zu kategorisieren. Die rassistische Ideologie gegen den Juden gab es bereits natürlich schon seit dem 19. Jahrhundert. Hierzu braucht man, braucht es keinen, doch, hierzu braucht es jetzt einen kurzen Ausflug in die Historie, in die Geschichte, um das zu erklären. Eine Feindschaft gegen Juden gibt es schon lange, was allerdings veränderlich ist, oder gab es damals auch schon lange, was allerdings veränderlich ist, ist, woran diese Feindschaft festgemacht wird. Im christlichen Mittelalter war diese Feindschaft in erster Linie einfach eine interreligiöse Feindschaft. Übrigens auch von anderer Seite reziprok. Antijudaismus und die innerreligiösen Feindschaften, vor allem innerhalb der abrahamitischen Religionen, das ist ein ganz eigenes Thema, aber wir klassifizieren das wirklich als etwas völlig anderes. Trotzdem gab es hier und da auch frühe Rassismen und Vorboten eines selbigen, aber keine dediziert genealogische Herleitung, also so völkische Herleitung, warum die Jugend jetzt als Volk grundlegend anders seien. Dieser Übergang, der findet tatsächlich erst im 19. Jahrhundert statt. Ja, wen wundert's? Genau in der Zeit, in der die Nation und das Volk als Ideologien auf der ganzen Welt wie so ein Lauffeuer um sich greifen und mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, weil sie als vorstaatliche Gemeinschaften die Legitimation für die Herrschaft überliefern und letztere schon das loyale Volk definierte und damit umgekehrt die Unpassenden aussondern musste. Hier geht es dann nicht mehr um Religion oder ähnliches, sondern wirklich um eine naturelle, existenzielle Andersartigkeit der Völker. Der Jude, der war als ein Volk, auch vor den Nazis schon als ein Volk im Volk markiert. Das hat auch wieder historische Gründe, die einerseits in überlieferten religiösen Animusitäten, also diesem Anti-Judaismus-Lagen von damals, aber andererseits auch in den historischen Lagen, in denen sich die Juden historisch einfach öfter fanden, auffanden. Das kann man jetzt hier nicht umfassend darstellen, aber mal ein Beispiel. Praktiken aus dem Mittelalter brachten den Juden historisch oft per Gewalt in eine Lage, in der sie Geld und Vermögen vor allem von den reichen Herrschaften verwalteten und auch bei der Eintreibung von Geld bei den Untertanen dann verantwortlich waren. Somit waren Juden oft Sachverwalter der frühen Kapitale und der Feudalherren und waren damit auch sowohl für das Verwalten von Schulden, das Eintreiben von Steuern, als auch für das Gewähren oder Ablehnen von Krediten verantwortlich. Es gab eine Zeit, wo christliche Herrscher sich das verboten haben, das selber zu tun. Und der Jude dürfte das. Gleichzeitig waren sie aber natürlich Untertanen der Herrschaft. Aber sowohl was Wohlstand angeht, als auch was rechtliche Freiheiten angeht, zum Beispiel Bewegungsfreiheit, sich von einem von einem Vordalreich in das Nächste zu bewegen oder so. Die waren die mit unter signifikant besser gestellt als Leibeigner zum Beispiel oder Bauern in dieser Zeit und die sonstige Mehrheit der Untertanen, vor allem andere Minderheiten. Für die Untertanen der Herrschaft wurden sie so und nicht die Herrschaft selbst zum Gesicht der Ausbeutung. Die haben den Schaden dann durch die erlebt, beziehungsweise haben immer gesehen, ja, okay, die interagieren eigentlich nur mit diesen jüdischen Sachverwaltern. Als dieser Proxy der Herrschaft wurden sie von den Herrschaften regelrecht benutzt, um mitunter auch den Widerstand gegen die, ja, gegen die von ihnen auferlegte Ausbeutung an den Menschen abzulenken. Und das wurde dann wiederum dem Juden als Vorurteil gegen ihn als Juden auferlegt. Er würde sich nur um Geld sorgen, er wäre nur geldkirrig und so weit und so fort. Kommen wir zurück zu den Nazis. Nicht nur war der Jude in allen Teilen der Gesellschaft zu finden, der war zu finden unter Finanziers, unter kommunistischer Prominenz, auch unter Arbeitslosen. Er war ja eben über Jahrhunderte einfach Teil dieser Gesellschaft gewesen. Der war einfach überall. Es gab gar keine Unterscheidung vorher zwischen dem, keine signifikante Unterscheidung zwischen dem und anderen Leuten. Darüber hinaus pflegten manche, aber viel weniger als man glauben mag, Juden neben ihrem Dasein als Deutscher tatsächlich auch noch das, ja, das einer eigenen religiösen Gemeinschaft. Also warum sage ich viel weniger als man glauben mag, weil damals die Juden in Deutschland oder in dieser Region hier in Westeuropa auch immer säkulärer unterwegs waren und selber diese ganzen religiösen Sachen abgelegt haben. Trotzdem gab es natürlich noch solche Leute. Und dann gab es die Juden aus Osteuropa, die Haredim und so, die dann auch noch optisch herausstanden und so weiter. Die hatten eine eigene Sprache, Jiddisch damals, hatten eigene Sitten. Und dem guten Nationalisten entgeht das natürlich nicht, dass die da irgendwas anderes machen. Es spielte aber wenig Rolle zum Beispiel, dass die meisten Juden zur Zeit der Nazis weder getrennt von der deutschen Gesellschaft lebten noch optisch, sittlich, ideologisch von den durchschnittlichen Deutschen gar nicht abwichen, kaum erkennbar waren. Im Gegenteil. Die Assimilation hatte sie äußerlich säkular unsichtbar gemacht. Und das wurde ihnen dann sogar auch wieder als eine List ausgelegt. Das wurde ihnen als ein böser Wille ausgelegt. Ja, sie sehen aus wie wir, die tun so wie wir, werden aber nie so sein wie wir. Deswegen dann auch Wilhelm Maares Begriff, das Semiten und das Antisemiten, wie vorhin schon erwähnt. Das Urteil also, eigentlich ein anderes Volk zu sein, das stand fest schon, bevor die Nazis begannen, sich oder anderen die Welt zu erklären. Ihnen wurde dann der schlimmste Vorwurf gemacht, den ein fanatischer Nationalist sich aber denken kann. Und das hat man auch schon in dem Zitat rausgehört oder den Zitaten rausgehört, die Daniel gerade vorgelesen hat. Nicht nur hatten die Juden keinen eigenen Staat, nicht nur waren die ein fremd, ein anderes Volk in diesem Volk und konnten daher ihre eigenen Geschicke als Volk nicht selbst steuern, sondern die zeigten nicht mal das Interesse, einen eigenen Staat zu gründen. Sie wollen nämlich vorrangig parasitär von den Reichtümern, parasitär, in Anführungsstrichen, von den Reichtümern anderer Staaten und Nationen leben, was man wieder daran erkennen würde, dass sie keinen Staat hätten. Zirkuläre Logik. Mal ein Zitat von Düring, der ist ja ein bisschen früher als die Nazis, das habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, das kam alles nicht von Hitler, der hat sich natürlich auch an viele Leute herangehangen, da haben wir auch ein bisschen mit Amelie nebenbei drüber gesprochen, woher diese ganzen Ideen eigentlich kamen, aber hier mal ein kurzes Zitat zu dieser Judenstaat- Frage. Göring sagt, also wirklich Düring, ein Exemplar dieser frühen nationalsozialistischen Ideen. Allein bei sich würden sie einander zur Speise werden, da ihnen diejenigen, da ihnen diejenige anderer Völker als dann fehlte, also die Speise anderer Völker, sie können dann nicht mehr andere Völker aufessen. So etwas wie ein internierter Judenstaat bedeutet daher Ausrottung der Juden durch die Juden. Also würde der Jude erstmal selber irgendwie auf die Idee kommen, seinen Staat zu bilden, dann müsste er an sich selbst verrotten, weil er dann ja nichts mehr anderes zu fressen hat. So parasitär ist er. Das machte sie also doppelt und dreifach verdächtig, denn das verweist ja darauf, dass sie sich der nationalen Gemeinschaft und ihren Zwecken ausdrücklich nicht unterordnen wollen und die Nichtjuden nur aussaugen und aus ihrer Natur heraus nichts anderes machen können. Ihr Interesse wurde als egoistisch parasitär diffamiert. Sie würden sich angeblich nur am Erfolg anderer Völker nähren. Und das, by the way, nicht nur hier in Deutschland, sondern tatsächlich überall. Und ja, zu dieser Wurzellosigkeit, Staatenlosigkeit kann man ja auch nochmal was sagen. Das kann man jetzt machen. Machen wir jetzt einen kurzen Exkurs. Und zwar ging dieser, derselbe Vorwurf der Wurzellosigkeit, der ging ja nicht nur gegen die Juden. Auch Sinti und Roma galten als Schädlinge für die Nation, weil sie als nomadische Gruppen oft nicht fest an einem Ort lebten. Auch sie wurden später Opfer des nationalsozialistischen Vernichtungswahns, obwohl im Gegensatz zu den Juden nie nachgesagt wurde, das Finanzkapital gegen den Deutschen zu wenden. Sie waren einfach nicht in dieser Position vertreten. Den Gedanken, dass Wurzellosigkeit keine Treue zur Nation bedeutet, findet man übrigens in jedem modernen Staatsbürgerrecht bis heute, wo zur Einbürgerung immer ein gewisser dauerhafter Aufenthalt Voraussetzung ist. Wir gehen jetzt zurück zum Nazi-Urteil über die Juden. Nun befindet sich also ein Element in all den Ebenen der Gesellschaft, wirklich überall, wir haben es vorhin schon angesprochen, von reichstem Finanzkapital bis zum Lumpenproletariat, die die Nazis als die Hürden und Krankheit ihrer nationalen Belange ansehen. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass in all diesen Ebenen sich ein fremdes Volk eingenistet hat. Der Schluss zur Bereinigung war also nicht weit hergeholt. Der deutsche Volkskörper muss sich von diesem fremden und störenden Element befreien. Wenn der Fremdkörper aus der deutschen Gesellschaft entfernt ist, können arische Finanzkapitalisten und Bankiers wie Arbeiter endlich ihrer Natur als Arier nachkommen und die Großartigkeit des deutschen Volkes kann sich endlich entfalten, für die es ja eigentlich sowieso vorherbestimmt ist. Ein Wahn, der mit aller Konsequenz den eingebildeten inneren Feind eliminierte und dabei ein entscheidendes Element in der Formierung des Volkes zur Kampfgemeinschaft im Weltkrieg darstellte. Man sieht, diese Feindschaft folgt einer Logik, die auch heute noch bekannt ist. Auf der einen Seite steht das grundsätzlich positive Urteil über eine gute Ordnung als Prämisse, wobei die Mitglieder der Ordnung von Natur aus anständig an dieser mitwirken. Und auf der anderen Seite die Wahrnehmung von Defekten in Gestalt von Schädlingen in dieser Ordnung, wenn der Erfolg am Ende ausbleibt. Wenn die Ordnung nicht in Ordnung ist, wird nach den Schuldigen gesucht. Hier knüpfen auch Rassismen an, in dem Verantwortliche oder Schuldige identifiziert und deren Schuld aus ihrer Natur heraus erklärt wird. Viele nehmen heute an, der Wahn der Nazis sei etwas vollkommen Einzigartiges gewesen. Und es stimmt ja auch, dass keine oder nur sehr wenige andere Staaten die Konsequenzen so weit getrieben haben. Doch die Logik ist bekannt, denn sie ist ein typischer moralischer Standpunkt vieler Demokraten und damit sogar eine Gemeinsamkeit mit den Nazis. Auch die Metaphern über Krankheit, Geschwür, Ungeziefer und so weiter sind in vielen anderen Ländern und Kulturen im Zusammenhang mit extremer Gewalt zu finden, zum Beispiel in Ruanda oder sogar in Israel heute. Daher ist es auch für die so einfach gestandenen deutschen Demokraten und sogar deutsche Kommunisten hier und da. Die Betonung liegt hier auf Deutsch. Denn den Nationalismus hatte die KPD-Führung gar nicht kritisiert. Also es war gar nicht schwer, die Deutschen inklusive der Kommunisten auf dieses Vernichtungsprogramm zu mobilisieren. Aber schauen wir uns doch mal nochmal diese Logik etwas genauer an. Da gibt es nämlich etwas Spezielles. Ja, und das geht jetzt in die Richtung, wo am Anfang ja auch schon der Widerspruch kam, Rassismus sei was anderes, weil das richtet sich nach oben. Und das Element steckt hier jetzt natürlich drin und das versuchen wir mal zu erklären. Wir haben schon gerade gesagt, die Suche nach den Schuldigen oder falsche Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft. Darum soll es jetzt mal gehen. Und ja, wieder back to the basics. Jeder merkt, dass unsere Gesellschaft hierzulande keine ist, wo Milch und Honig fließen für die allermeisten Leute. Im Gegenteil. Viele Menschen sind täglich argen Zumutungen ausgesetzt von der Notwendigkeit, sich für einen Hungerlohn dem Willen eines Arbeitgebers zu unterwerfen, über die Sorge um ein Dach über dem Kopf, bis zu den Kriegen und Krisen, die immer wieder aufkommen und von deren Konsequenzen die Mehrheit der Leute dann auch direkt betroffen sind. Dennoch haben fast alle Menschen, und das ist bemerkenswert, haben fast alle Menschen in unserer Gesellschaft an sich ein gutes und positives Bild von dieser Gesellschaft. Von den Dingen, die diese Gesellschaft charakterisieren. Demokratie, Lohnarbeit, Volk, Nation. Das sind alles tolle Dinge und Mittel für den eigenen Erfolg im Leben. Auch Freiheit und Gleichheit, die bestimmenden Ideale der herrschenden Gesellschaftsordnung hierzulande, die gelten als die höchsten Werte. Niemand will sie in Frage stellen. Wer sagt denn eigentlich irgendwas gegen Freiheit? Jeder will seine Freiheit. Und das ist dann irgendwie ein Widerspruch. Man schätzt und verteidigt die Gesellschaft, obwohl sie praktisch erfahrbar nicht die eigenen Bedürfnisse erfolgt. Anders gesagt, sie ist mir schädlich und trotzdem finde ich sie toll. Wie lösen Demokraten und Faschisten diesen Widerspruch auf? Ganz einfach. Durch die Suche nach Schuldigen. Nach Verantwortlichen, die sich an dieser eigentlich guten Ordnung vergriffen haben. Personen und Gruppen werden dafür verantwortlich gemacht, dass die Ordnung nicht so funktioniert, wie sie sollte. Gesucht wird in der Regierung, die das Land gut führen soll, damit der eigene Erfolg auch gelingt. Und im Volk wird auch gesucht, welches sich anständig an dem Gemeinschaftswerk beteiligen muss. Diese Logik, über die haben wir auch vorher schon mal geredet. In einem Short vor kurzem. Die nennen wir jetzt einfach mal Personalisierung. Oder genauer, personalisierte Gesellschaftskritik. Manchmal spricht man, oder sprechen vor allem so oft antideutsche Theoretiker, sprechen von personalisierter Kapitalismuskritik, auch so Wertkritiker zum Beispiel, sprechen von personalisierter Kapitalismuskritik, oder auch, wenn es dann diffamierender sein soll, von verkürzter Kapitalismuskritik. Das halten wir jedoch für falsch, weil eins muss man erstmal festhalten. Hier wird der Kapitalismus gar nicht als die Ursache der Missstände anerkannt. Also der wird gar nicht wirklich kritisiert. Also zu sagen, dass es Kapitalismuskritik ist, insofern falsch. Insofern ist der Begriff verkürzte Kapitalismuskritik irreführend. Diese Kritiker haben tatsächlich nichts am Kapitalismus in seiner bürgerlichen Gesellschaft auszusetzen. Sie kritisieren lediglich die Erscheinung der kapitalistischen Gesellschaft, ohne sie als solche überhaupt zu erkennen. Tatsächlich haben sie keinen Begriff vom Kapitalismus, wenn sie diesen gegen gierige Banker oder schmarotzende Ausländer verteidigen. Man merkt schon an diesen Beispielen, die ich gerade gebracht habe, dass diese Kritiken nicht eine ökonomische Überlegung gemein haben, sondern den Mangel an Anstand, die Idee des Vergehens an dieser tollen Ordnung. Wenn die Ökonomie in dieser Kritik mal angesprochen wird, dann immer nur als Bild für den fehlenden Anstand der Akteure dort. Diese personalisierte Gesellschaftskritik, deswegen sagen wir jetzt mal Gesellschaftskritik und nicht Kapitalismuskritik, muss aber gar nicht mit Rassismus kombiniert werden. So kann man sich beispielsweise Ines Schwertner, das ist übrigens ein gutes Beispiel mit den, was war das, die Superreichen, die irgendwie VW plündern oder sowas. Das ist kein Adisemitismus, das ist auch kein Rassismus. Das ist personalisierte Gesellschaftskritik und deswegen ein Fehler. So kann man sich beispielsweise über geringe Sozialleistungen ärgern und die Schuld bei den faulen Ausländern suchen, die dem Staat auf der Tasche liegen. Man kann sich aber auch über korrupte Politiker oder gierige Superreiche sorgen, was an sich noch nicht rassistisch ist, weil die schuldigen Bio-Deutsche in den Chefetagen der Deutschen Bank oder eben bei VW dann sind. Ob mit oder ohne Rassismus, gemein ist diese Denkweise, das Identifizieren von bösen oder schädlichen Menschen oder Gruppen aus einer nationalistischen oder kapitalismusfreundlichen Perspektive, affirmierend. Also, Zwischenstand. Personalisierte Gesellschaftskritik ist nicht gleich Rassismus, aber die Personalisierung kann natürlich dann auch anhand eines Rassismus erfolgen. Und da kommen wir jetzt, da kommt jetzt der Übergang zu dem Antisemitismus und wie der dann mit der Personalisierung einherging. Genau. Antisemitismus heute und auch schon bei den Nazis. Antisemitismus und Personalisierung sind dann nämlich tatsächlich Kinderhand in Hand. Antisemitismus ist Rassismus gegen Juden, der irgendeine Eigenschaft des Juden real beobachtet oder herbeifantasiert über die Natur der Juden erklärt. Die Juden sind so, weil sie eben Juden sind. Insofern wäre jeder Rassismus, der sich gegen Juden wendet, ein Antisemitismus. Zum Beispiel die Vorstellung, dass Juden stinken, gierig sind oder eine Weltverspürung betreiben wollen. Das ist eine Anekdote von dir, von mir, genau. Lass mich das erzählen. Der Vater von einer Bekannten von mir, das ist schon ewig her, da war ich noch im Gymnasium, aber ich war damals zu Hause bei denen und der schockierte mich damals mit der Aussage, dass Juden stinken würden. Und er hatte das damals in seiner Zeit irgendwie als Kameramann im bulgarischen Fernsehen hat er da gearbeitet. Er hatte das selbst erlebt, weil da war eine jüdische Nachrichtenmoderatorin, die vorhin immer am Tisch saß und dann die Nachrichten gelesen hat. Und ja, alle in dem Studio hätten gewusst und hätten die ganze Zeit in die Nase gerümpft und gesagt, oh mein Gott, die stinkt so sehr, die riecht so furchtbar. Jetzt erklärte sich den Geruch dieser Frau nicht etwa aufgrund ihrer persönlichen Hygieneroutine oder weiß ich nicht, ihrer Arbeitsumstände, in denen sie sich findet oder so, sondern aufgrund, nicht mal anhand der Religion oder so, sondern, also irgendwelche religiösen Regeln, sich nicht waschen zu dürfen oder so ein Kram, sondern wirklich aufgrund ihrer Natur als Jüdin. Aber an dem Beispiel erstmal kurz zu sagen, was man sich hier erklären will, das ist, also das ist ein Beispiel dafür, dass man sich irgendwie so eine Eigenschaft erklärt und natürlich dann rassifiziert erklärt. Aber was man sich erklären will, ob es jetzt die Weltverschwörung ist oder der stinkende Jude, das ist erstmal unabhängig vom Rassismus und dann, damit gebe ich die jetzt wieder zurück. Kannst du das mal machen? Genau. Will ich mir dann am Ende, was du schon gesagt hast, ist es eigentlich egal, will ich mir erklären, warum die Frau unangenehm riecht oder will ich mir erklären, warum es so viele Menschen in der Gesellschaft gibt, die sich gegen den Erfolg der Nation organisieren? Antisemitismus tritt heute aber oft im Zusammenspiel mit personalisierter Gesellschaftskritik auf. Selten als reines rassistisches Vorurteil. Nicht zuletzt, weil es heute, wie gesagt, viel weniger Juden in unserer Gesellschaft gibt, denen man irgendwelche Vorteile anheften könnte, wie zum Beispiel dass sie stinken. Während der Nazi-Zeit war ja beides tatsächlich auch noch sehr weit verbreitet. Da wurden ja auch körperliche Defizite oder körperliche Abartigkeiten bei ihnen ausgemacht, die noch dazu kamen, zu ihren Bestrebungen, den deutschen Staat zu unterlaufen. Zum Beispiel stört man sich an den Wirkungen und Auswirkungen des Geldes oder des Finanzkapitals. Man sieht dort eine Bereicherung, die nichts mehr mit den Zwecken der normalen Menschheit in dieser Gesellschaft zu tun hat. Losgelöst vom produktiven schaffenden Kapital, das ja zumindest wichtige Güter produziert, schmarotzt das unproduktive raffende Kapital nur an diesem schaffenden Kapital, indem es auf Gewinne und Verluste spekuliert. Wir zitieren hier. Freilich zerstört er, der Jude, der hier für alle Bosheit des Bankkapitals steht, auch immer gründlicher die Grundlagen einer wahrhaft volksnützlichen Wirtschaft. Über den Umweg der Aktie schiebte sich in den Kreislauf der nationalen Produktion ein, macht diese zum käuflichen, besser handelbaren Schacherobjekt und raubt damit den Betrieben die Grundlage einer persönlichen Besitzerschaft, damit erst tritt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jene innere Entfremdung ein, die später zur politischen Klassenspaltung hinüberleitet. Das ist auch aus meinem Kampf. Anstatt also die kapitalistische Notwendigkeit der Existenz von Finanzkapital und Spekulation zu verstehen und zu kritisieren, anstatt also zu begreifen, dass diese von jeder tatsächlichen Produktion losgelöste Profitmacherei nicht eine Abweichung vom guten System ist, sondern überhaupt seine Voraussetzung und auch jedes produktive Kapital nur in Gang kommt, wenn es einen Profit abwirft und sonst unterbleibt, wendet man sich gegen die vermeintlich Verantwortlichen, die diese Abweichung vom eigenen Ideal der Ökonomie als gemeinschaftliche Produktion und Verteilung mit Hilfe des Geldes erzeugen sollen. Noch einmal. Diese Logik der Personalisierung ist noch kein Rassismus oder Antisemitismus. Sie kann auch bedient werden mit Bankern oder bösen Kapitalisten. Auf jeden Fall müssen es eben Leute sein, die ökonomische Macht innehaben. Es wäre zum Beispiel selbst für den härtesten Anti-Roma-Sinti oder Anti-Ziganisten vollkommen unsinnig, die Auswirkungen des Finanzkapitals den Sinti und Roma zuzuschieben. Diese sind auf diesen Ebenen der Gesellschaft einfach wirklich nicht oder kaum vertreten. Da ist es auch richtig zu wiederholen. Man soll nicht vorschnell sein und einfach jede Beobachtung des Rassisten für sich als Unsinn abtun. Irgendeine Realität werden sie schon beobachten, so wie alle Rassisten. Es gibt diese Geschichten von der polnischen Diebstahl-Mafia, die arabische Arbeitslosigkeit, so wie die Juden als Finanzkapitalisten oder aber auch de facto als Kommunisten unterwegs sind. Ich will auch noch mal eins sagen, weil das gerade auch so ein bisschen hochkam in den Chat von Nightmare, so von wegen, ja, das Urteil gegen den Juden war schon vorher fest und es geht da gar nicht mehr um das Stinken. Naja, klar, der Rassismus ist niemals eine wissenschaftliche Ableitung aus irgendeiner Beobachtung, sondern der dem setzt, und da gehen wir zurück in so einen Zündfunken über den Rassismus, dem vorausgesetzt ist natürlich die Idee von diese Leute gehören zum Volk, die nicht, die sind nützlich fürs Volk, die sind weniger nützlich und so weiter, diese Einsortierung in die Nützlichkeit für die Belange der Nation. Das ist dem vorausgesetzt, aber ich will damit einmal eins sagen, die wird schon gestungen haben, die Frau. Also die wird schon wahrscheinlich schon irgendwie komisch gerochen haben, sodass die Leute da irgendwie was bemerkt haben und gesagt haben, furchtbar, und das dann aber natürlich mit der falschen Erklärung, mit dem falschen Schluss dann belegt haben, das ist, weil sie Jüdin ist. Das ist der, also man muss dann nicht jetzt anfangen zu bestreiten, weil sich das so ein bisschen so angehört, ich weiß nicht, ob das dein Punkt war, aber es ist denkbar, also es ist wirklich schlecht jetzt da ranzugehen und zu sagen, ja Moment mal, aber Juden stinken gar nicht, die riechen wunderbar so in der Richtung. Also das ist genau die falsche Logik, um diese Art von Denken zu kritisieren, weil der Fehler liegt ja gar nicht in der Beobachtung. Der Fehler liegt in dem Urteil, dass die dann, wie du sagst, das schon mitbringen. Genau. Genau, es ist nämlich tatsächlich, man kann sich auch unmöglich hinstellen und zum Beispiel auch sagen, die Rothschilds waren gar nicht reich, sondern die Rothschilds waren schon irre reich, aber sie waren halt nicht reich, weil sie Juden sind. Im Grunde ist es tatsächlich so, dass der Rassismus oder der Antisemitismus ist immer die falsche Erklärung der Situation. Es ist die Erklärung nicht aus irgendeiner Betrachtung, die sich objektiv aus der Realität ableiten lässt, sondern wirklich einfach aus dieser Andersartigkeit. Punkt. Und damit wird dann auch, also damit ist es dann auch erklärt für die Leute. Warum das ein Fehler ist, die Beobachtungen zu invalidieren, die gemacht werden, weil Nadiem hat ja gerade das Beispiel gebracht, so die Frau stinkt. Dann kann man sich jetzt nicht schon sagen, nee, die stinkt nicht. Das ist aber natürlich einfach falsch. Vielleicht hat sie ja wirklich gestunken. Sondern das Problem an der Stelle ist die Erklärung aus dem Naturell der Frau heraus, aus einem imaginierten Naturell. Also sie sei irgendwie genetisch andersartig oder andersartig, weil sie Jüdin sei. Es ist genauso, wie es idiotisch wäre, zu behaupten, dass die Rothschilds keine sehr mächtigen Finanzkapitalisten wären. Sie sind es nur nicht deswegen, weil sie Juden sind, sondern sie sind das aus anderen Gründen. Das ist halt auch genau das Thema. Der Rassismus, das Urteil des Rassismus ist gar keine wissenschaftliche Ableitung von Beobachtungen. Selbst aus einem vermeintlichen Faktum, dass Finanzkapitalisten oft hier und da Juden sind, folgt nicht der Schluss, dass man eine Nation gegen sie verteidigen müsste. Die Liebe zur Nation und die Idee, dass sich Schädlinge an ihr vergehen, das ist der Ausgangspunkt der Ideologie, dass es hier etwas gibt, was korrigiert werden muss. Diesen Ausgangspunkt sollte man nicht indirekt auch noch bestätigen, indem man bestreitet, die gab es schon, die gab es gar nicht, die jüdischen Finanzkapitalisten, weil sonst müsste man eigentlich umgekehrt fragen, was ist, wenn es die wirklich gab? Was ist, wenn die wirklich sehr, sehr wichtig waren? Ist die Logik dann richtig, sie zu vernichten? Es ist daher auch überhaupt kein Zufall, dass der Patriotismus vieler Juden im Ersten Weltkrieg, es sind einige von ihnen ums Leben gekommen, auch einige von ihnen hochdekoriert worden, ihnen gar nichts gegen die Vernichtung im Dritten Reich genützt hat. Und das ist auch wirklich, das ist eine Sache, die sagen wir hier ganz oft und das ist fast schmerzvoll, das immer wieder zu wiederholen. Rassismus zu kritisieren, indem man die Nützlichkeit und die Wertigkeit der Leute betont, ist ein Fehler, der gar nichts gegen den Rassismus hat, sondern nur zu einem anderen Urteil des rassistischen Maßnehmens kommt. Das heißt, man bestätigt die Ideologie des Rassismus, man hat nur ein anderes Urteil am Ende. Zurück zum Thema. An die Logik der Personalisierung kann der Rassismus also andocken. Der Grund für das unmoralische Verhalten wird gesucht in der Natur des Menschen gefunden, in diesem Fall des Juden. Die rassistische Logik des Antisemitismus unterscheidet sich hier nicht von normalem Rassismus. Die Erklärung eines Willens oder einer Handlung erfolgt nicht aus dem Inhalt des Willens der Leute, sondern aus der Natur der Leute heraus. Nur, dass der Wille oder die Handlung, die hier erklärt werden soll, eine andere ist. Es wird nicht irgendeine gesellschaftliche Lage erklärt oder legitimiert, sondern eine Erscheinungsform der kapitalistischen Gesellschaft und der Nation, die zu ihr gehört. Das ist die Art und Weise, wie Antisemitismus heute und spätestens seit den Nazis oft vorkommt. Der Jude als die Personalisierung, als der Schuldige der negativ wahrgenommenen Erscheinungsformen der kapitalistischen Gesellschaft und zwar, weil er der Jude ist. Wuche, Gier und Egoismus, alles Elemente und Eigenschaften, die Teil der kapitalistischen Gesellschaft sind, aber dem nationalen Gemeinschaftsideal widersprechen, die man sich also nicht richtig erklären kann, die nicht zu dem passen, was man sich herbeifantasiert oder gegen den eigenen moralistischen Vorbehalt. Die kann man nun alle auf den Juden werfen. Man kann sagen, das liegt an dem jüdischen Einfluss, dass diese Probleme existieren. Um hier dem Vorwurf eines ökonomistischen Reduktionismus ein bisschen Vorschub zu leisten und weil man es nicht oft genug sagen kann, hier nochmal eine Wiederholung. Wir sagen hier nicht, dass die Jugendfeindschaft aus der falschen Kapitalismuskritik folgt. Das ist eine falsche Erklärung, die gerne und vor allem auch von antideutschen Denkern vertreten wird. Das stimmt so nicht. Wir sagen allerdings, die Personalisierung der kapitalistischen Auswirkungen auf die Gesellschaft in Form von dem Juden ist einer der Aspekte, die die Ideologie der Nazis auszeichnete. Natürlich gab es Judenfeindschaft auch darüber hinaus und davon unabhängig. Die Jude wurde zeitlich als cleverer Finanzkapitalstrategie gedacht, Personalisierung, als degeneriert und nutzloser Mitesser und auch als antinationaler Kommunist. Alles Dinge, die eigentlich inhaltlich gar nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Was hat eine Familie Rothschild mit einem Karl Marx zu tun? Weil Marx wurde ja auch, das Kommunistische an Marx war ja auch an seiner jüdischen Natur festgemacht. Die beruhen auch nicht alle auf der gleichen falschen Kapitalismuskritik, sondern sind mitunter reine Rassismen, also haben den moralischen Standpunkt der Nützlichkeit der Menschen für die eigene Nation. Aber weil der Jude eben nicht nur degeneriert und faul ist in der Nazilogik, sondern in Kontrolle der Ökonomie über den Finanzkapitalismus und des Staatsverkehrs gedacht wird, also genau die Aspekte, die die deutsche Nation unten hielten, kommt jetzt dieser Verschwörungsmythos da hinein. Jetzt haben die Nazis ihren Schuldigen gefunden für ziemlich viele Beobachtungen, die sie als Mangel am Geschick ihrer Nation identifiziert sahen. Aus dem Faktum, dass der Jude in all diesen gesellschaftlichen Ebenen auftacht, wird jetzt die jüdische Weltverschwörung. Plötzlich ist es ein großes Ganzes. Von allen Seiten treten sie nach der heiligen deutschen Nation. Das Faktum, dass Kapitale in Staaten und sogar staatenübergreifend ihren Einfluss auch gegen die Bürger dieser Staaten geltend machen, was auch sonst in einer Gesellschaft der Konkurrenz, wird jetzt mit der Natur der Juden erklärt. Also, nochmal, aus dem Faktum, dass die Kapitalisten der Welt tatsächlich öfter mal gemeinsame Sachen machen und eben mit ihrer ökonomischen Macht Zwecke durchsetzen, wo es geht auch mal gegen die Regularien des Staates und gegen die moralischen Ansprüche der Bürger, wird jetzt, das ist das antinational raffende Kapital der Juden. Aus dem Faktum, dass Menschen sich gegen die kapitalistische Gesellschaft aufstellen und sich für eine Abschaffung von Nation und Volk für eine kommunistische Gesellschaft einsetzen, folgt nun der jüdische Bolschewismus. Aus dem Egoismus, den nicht jeder Kapitalist in dieser Gesellschaft an den Tag legen sollte, wenn er es zu was bringen will, sondern auch jeder Bürger, um überhaupt in dieser Gesellschaft an Futter zu kommen, wird jetzt jüdische Geldgier. Die Jude ist nun Staatsfeind und als solcher ist er verantwortlich für die Missstände der Ökonomie, sowie für die negative Presse, kämpferische Gewerkschaften, kommunistische Parteien gegen ein Ausland und Durchstoßer in der Heimatfront. Der Jude ist nun in Kontrolle über die Ökonomie in der Personalisierung, den internationalen Staatenverkehr, die Reparationszahlungen, der Kultur über den Liberalismus, etc. pp. Dass die Verbindung von Personalisierung mit dem Antisemitismus ist also schon wirklich etwas Besonderes, welches letztendlich auch die Entstehung der Vernichtungsideologie erklärt. Es geht ja nicht nur darum, sich zu erklären, dass Polen stehlen oder die Araber faul sind, also um damit festzustellen, wie nützlich oder unnütz diese Menschen für die Zwecke der Nation sind. Magst du wieder weiter? Wie du willst, mach weiter. Diesem antisemitischen Rassismus vorangestellt ist das Urteil, dass etwas in der Nation steckt, mit einem Willen gegen sie, quasi mit einer zersetzenden Absicht und das auch noch gepaart mit einer gewissen finanziellen Macht, um das tatsächlich auch umsetzen zu können. Und wieder ist hier der Jude am Ende der Nazi-Gleichung. Und wenn das so ist, wenn das wirklich nicht nur ein parasitäres Element in den eigenen Reihen ist, sondern wirklich ein zersetzendes, verschwörerisches Element, welches die Nation hintergeht und ihre Rücke zur Großartigkeit auf allen denkbaren Ebenen behindert, dann ist auch die Entfernung beziehungsweise die Vernichtung dieses Elements plötzlich folgerichtig. Und dabei ist es für Rassisten beziehungsweise Antisemiten unerheblich, ob es tatsächlich so ist, ob dieser Jude, diese Person zum Beispiel, der Nation schadet oder nicht. Das Jüdischsein an sich muss getrennt werden mit aller Gewalt vom deutschen Volk. Das Urteil steht schon fest vor jeder Betrachtung der Realität. Und wie gesagt, man wird schon überall in der Gesellschaft, wo es Probleme gibt, vor allem damals, also überall, auch Juden finden, wenn man sich erst einmal auf die Suche macht. Und wenn man keine Juden findet, dann findet man Leute, die von ihnen beeinflusst wurden. Da kann man dann zum Beispiel auch die Rassegesetze, kann man sich dann plötzlich herleiten, dass man verhindern muss, dass jüdisches Gedankengut mit Deutschen am Ende so sehr vermischt wird, dass man sie gar nicht mehr erkennt. Bevor wir zu unserer Zusammenfassung kommen, also nochmal drei Klarstellungen beziehungsweise Wiederholungen, die aus dem vorhergesagten schon ersichtlich sein sollten. Also, erstens, die Logik der Personalisierung muss nicht zwangsläufig gegen Juden gerichtet sein. Sie muss nicht mal zwangsläufig mit einem Rassismus gekoppelt sein. Es gibt auch linke personalisierte Kapitalismuskritik bei Occupy Wall Street zum Beispiel oder von rechts mit den Woken Eliten, die das Staatsvolk verwirren. Auch die Idee der Minderwertigkeit bei gleichzeitiger Übermacht muss sich nicht zwangsläufig gegen Juden richten, sondern kann sich gegen andere Rassen richten. Beispiele Oktopus und Teheran. Also, dass der Iran eigentlich alles steuert, aber auch ganz, ganz schrecklich furchtbar ist und zu nichts zu gebrauchen. Chinesen zum Beispiel auch wieder hier, die super unterwürfig sind, aber auch besonders clever. Oder eben die Islamisierung des Abendlandes, wo wir über eine nicht näher genannte Gruppe dazu gebracht werden, einen großen Austausch hervorzubereiten durch minderwertige Araber. Macht, ja, danke, danke, den letzten Punkt. Genau, Rassismus und damit auch Antisemitismus müssen sich nicht an dieser Logik der Personalisierung kapitalistischer Grundprinzipien ausrichten. Ausländer seien faul und belasten die Sozialkassen, Juden stinken, sondern die gibt es auch zuhauf ohne sie. Genau, jetzt übergebe ich mal an dich, es gibt nämlich noch einen sekundären Antisemitismus. Ich sehe hier gerade die eine Nachricht von Naiti, da gehe ich mal drauf ein. Die Parole, die ich bei den Dortmundern Nazis gehört habe, wer Deutschland liebt, ist Antisemit, trifft es dann ja ziemlich gut. Nee. Wobei ich wieder nicht so richtig weiß, ob ich dich wirklich richtig verstehe. Nein, wer Deutschland liebt, das ist nicht Antisemit, da fehlen noch mindestens vier oder fünf Übergänge, dass man zu einem Antisemiten wird, daraus. Und es ist auch nicht notwendig, dass man daraus ein Antisemit wird, sondern können auch sich andere Rassismen draus kommen. Ich habe das jetzt tatsächlich so verstanden, dass sie das so meinte, dass die eben genau diese Schritte gegangen sind und gesagt haben, man muss quasi als jemand, der Deutschland liebt, musst du Antisemit sein, weil du musst den Willen haben gegen dieses Element vorzugehen. Ach so. Also sie sagt nicht, das ist richtig, sondern sie sagt, das, was sie sagen, trifft die Nazi-Ideologie. Genau. Okay, dann hast du recht, Naid, dann ziehe ich das zurück. Quatsch, dann habe ich dich falsch verstanden. Sorry. Genau, das trifft es natürlich. Genau. Genau. Gut. Jetzt gibt es noch eine Sache, bevor man zu einer Zusammenfassung kommt, über die man auch noch mal reden kann, das wird man in Deutschland oft hören, ein sogenannter sekundärer Antisemitismus. Nach 1945 gibt es also quasi noch eine weitere Form des Antisemitismus, die man heute benennt, die in der Wissenschaft oft mal sekundärer Antisemitismus bezeichnet wird. Und ja, das ist ein schlechter Begriff. Das ist eigentlich nur ein neuer Grund für ganz normale Judenfeindschaft, also ganz primär wie immer. Das ist nicht, das ist die Judenfeindschaft, ja quasi, oder das ist eine Judenfeindschaft, das ist ein Antisemitismus, der halt aber auf der Beobachtung beziehungsweise auf den Beurteilungen des Holocaust beruht. Was will ich damit sagen? Genau, also, weil die Juden vorrangig die Deutschen in ihrem Patriotismus beschränken heutzutage, also wegen des Holocaust, weil der Holocaust uns als Deutschen nicht erlaubt, vollumfänglich stolz auf unser Land zu sein, sondern sich immer zur Schuld, wir uns immer zur Schuld der Nazis bekennen müssen, sind sie aus eben dem Grund von Natur aus böse und antideutsch. So, sekundär scheint hier dem Umstand geschuldet zu sein, also die sagen, sekundär soll das deswegen sein, als dass sich die Judenfeindschaft nicht mehr, wie bei den Nazis, aus diesen klassischen Gründen, die wir schon heute zuhauf erläutert haben, ableitet, sondern quasi aus einer anderen Sicht, nämlich aus, ja, ihrer Sicht, eigentlich sich jetzt von dem Holocaust befreien zu wollen, aber das verhindert wird durch die Schuld an dem Holocaust, beziehungsweise die Schuld, die von dem Juden an einem auch auferlegt wird. Aber, hier muss man sagen, und deswegen primärer Antisemitismus, das ist gleichgültig, ob dieser, ob dieser Inhalt da leicht anders ist oder nicht, weil es der gleichen Logik folgt. Ich möchte meiner nationalen Gemeinschaft dienlich sein und einen ideellen Lohn stolz zum Beispiel dafür erhalten und diesen zu erkennen geben. Dieser wird mir verwehrt, was aber ein Widerspruch zu der großartigen Sache meiner Nation ist. Es wird auch meinen Volksgenossen verwehrt, und zwar wegen des Holocaust. Wer belehrt uns denn ständig und ist dann damit dafür verantwortlich, dass wir jetzt unten gehalten werden? Die Juden, der Zentralrat, die Regierung, die Holocaust-Denkmalen macht und so weiter, die ist den Juden hörig, bla bla bla. Mit Sekundär vernebelt man also lediglich wieder die Logik des nationalmoralischen Denkens, der auch sowohl der Nazi-Antisemitismus als auch dieser Form des Antisemitismus entspricht. So als käme das aus einem luftleeren Raum mit dem neuen Antisemitismus, als wäre das einfach eine neue Art der Judenfeindschaft. Nee, man muss mal die Gegenprobe machen. Einem, dem die Nation scheißegal ist, der einen Scheiß drauf gibt, ob es Deutschland gut geht oder nicht, der das vielleicht sogar als einen Fehler erachtet und als einen Schaden erachtet, dass es sowas gibt. Also ein kluger Kommunist eben, dem ist völlig egal, ob Juden da den Stolz der deutschen Nationen beschränken oder nicht, das interessiert den nicht. Jetzt gibt es dann aber diese Leute, die man sekundäre Antisemiten nennt. Also es gibt ja dann diese Leute, die genau diese Argumente fahren, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und da noch vielleicht noch ein Satz. Die sind so dämlich. Die sind so dämlich, weil die kapieren einfach nicht, dass dieser untertänige Patriotismus, der quasi den Judenmord als Teil des deutschen Patriotismus anerkennt. Doch gerade der Türöffner ist oder war und auch immer noch ist, für das Nachkriegsdeutschland sich in die westliche Staatengemeinschaft wieder einzugliedern, zu einer ökonomischen Weltmacht aufzusteigen, auch wieder militärische Macht zu erlangen. Eine Macht, eine Weltmacht zu werden, von der ein Hitler damals vielleicht noch nicht mal zu träumen wagte. Wenn ihr dazu nochmal reden wollt, könnt ihr oder wenn ihr dazu nochmal was hören wollt, könnt ihr euch die Folge zum 8. Mai anschauen, die hat Marek gemacht mit GKN, da ging es um die Erinnerungspolitik, die deutsche NS-Bewertigung, ich glaube, die hieß zwischen Schlussstrich und Erinnerungsweltmeister, deutsche NS-Bewertigung. Ja, also genau das, was eigentlich der Türöffner war für den deutschen Imperialismus und für das Wiederaufbestreben der Deutschen und der Erfolg quasi eigentlich des deutschen Imperialismus, genau das machen die dann als das Ausfassens irgendwie runterhält. Das ist auch immanent schon so ein Blödsinn. Gut. Zusammenfassung. Jetzt sind wir auch schon fast durch. Mit dem Antisemitismus-Fall sind wir fast durch. Danach gibt es noch ein paar Fragen und so, aber dann gucken wir mal weiter. Aber ich will jetzt trotzdem nochmal alles zusammenfassen, was wir jetzt irgendwie gebracht haben in ein paar kurzen Worten. Das hat jetzt ein bisschen gestört mit dem Sound und so. Das könnt ihr dann vielleicht trotzdem nochmal nachhören, wenn wir mal gucken. Ich habe hier auch eine lokale Aufnahme, vielleicht kann ich das nochmal verbessern zwischendrin. Und wir stellen diesmal den Text auch relativ bald zur Verfügung, sodass ihr das nachlesen könnt. Also Zusammenfassung. Antisemitismus, das ist ein spezifischer, ja, aber trotzdem ein Rassismus gegen Juden, die Feindschaft gegenüber jüdischen Menschen und diese Feindschaft ist begründet in deren Natur. Der Grund für den Antisemitismus ist derselbe wie für den Rassismus. Ideen von Volk und Nation, eine Gesellschaft der Konkurrenz, die in eine romantische Gemeinschaft überhöht wird und dann eben die Schäden, die jeder in dieser Gemeinschaft erfährt, damit zu erklären, dass irgendjemand dieser Allgemeinheit schadet, weil er eigentlich nicht hierher gehört und damit die Bürger entlang ihrer Nützlichkeit von Staat und Nation sortiert. Der Antisemitismus der Nazis und der Antisemitismus dementsprechend auch wie er heute tatsächlich noch oft existiert, also wenn Antisemitismus heute noch vorkommt, hat er tatsächlich öfter auch mal wirklich diese Form, aber nicht immer, tritt in Verbindung mit einer Personalisierung der Ursachen der Schäden der kapitalistischen Gesellschaft auf. Der Jude wird identifiziert mit Finanzkapital, mit Geld, Zins, Kredit, Egoismus, Gier, Machtstreben oder Verschwörung, aber auch mit dem Kommunismus, mit der Arbeiterbewegung, mit dem Liberalismus, also eben mit all jenen Elementen, die als antinationale, antideutsche Elemente ausgemacht werden. Diese Logik der Personalisierung ist nicht Antisemitismus, auch wenn antisemitische Ressentiments heute meistens an diese Logik anknüpfen und daher eine Kritik dieser Ressentiments sowohl den rassistischen Fehler, den Rassismus selbst, als auch den Fehler der Personalisierung kritisieren muss. Und soweit zu unserer Diskussion des Begriffs Antisemitismus. Wir wurden soeben aus dem Bild zugeflüstert, dass es drei angepinnte Chatnachrichten gibt. So, gucken wir uns mal die Chatnachrichten an. Die kamen natürlich jetzt vielleicht schon vor einer Stunde oder so, deswegen passt es nicht mehr so richtig oder wurde schon beantwortet, aber wir können uns das ja trotzdem angucken. Machen wir KM von oben gleich? KM. Das mit der Einzigartigkeit habe ich nie kapiert. Dann muss man ja keine Angst haben, dass das nochmal passiert. Guter Punkt. Ja, da gab es eine andere Frage im Chat, die nicht angepinnt wurde, aber ich kann die reproduzieren, die fand ich ganz gut. Ja, könnte sowas denn heute, dann, also könnte der Jude quasi heute das Substitut für den Juden heute quasi der Moslem sein? Also, könnte sich so ein Vernichtungs- Anti-Islamismus oder so, Anti-Islamophobie passt da nicht, das muss ja eine richtig Feindschaft gegenüber Moslem sein und nicht einfach nur Angst. Könnte sich sowas heute auch nochmal durchsetzen? Also, generell muss man ja sagen, könnte, ja klar, kann, also, wer weiß, was alles in Zukunft noch passieren kann. Man kann sich mal die Frage stellen, was denn, was gegeben sein müsste, damit sowas nochmal passiert. meinetwegen mit einer anderen Gruppe oder auch mit der gleichen Gruppe, aber nehmen wir mal eine andere Gruppe. Was muss dann eigentlich gegeben sein, dass Nationalisten, so fanatische Nationalisten wie die Nazis damals, heute auf die gleichen Schlüsse kommen? Und da muss man sich halt anschauen, mit welchen, mit welchen Schäden, die sich so, also mit welchen Plagen, die sich so rumgeärgert haben. Worüber haben die sich eigentlich aufgeregt? Die kommen aus einer ersten Weltkriegssituation, in der sie die Verlierer waren, in der sie von der Perception her, aber auch tatsächlich einen relativ einen Deckel geführt haben. Donald Trump würde sagen, it was a very bad deal, very bad deal. Die hatten richtig auf die Fresse gekriegt, mussten Reparationszahlungen zahlen. Denen wurde vom internationalen Kapital aufgrund der Wirtschaftskrisen, die sie da drin hatten, relativ kontinuierlich Investitionen und Kredite verwehrt. Und vor dem Hintergrund waren die eine Nation, die immer noch umgebrochen, wie nach dem Ersten Weltkrieg, direkt eigentlich auch wieder so ein aufstrebendes Verlangen hatte und aber sich nicht in der Lage sah, sich quasi zu befreien von diesem Druck, diesem internationalen Druck und aber auch den nationalen Druck bezüglich der ökonomischen Situation und so weiter. Allein das muss ja schon mal erst mal gegeben sein, dass das wirklich die, dass die Nation wirklich am Abschiffen ist, dass das so was zustande kommt, dass man auf solche Ideen kommt und nicht nur, dass man auf solche Ideen kommt, also solche Ideen kommen auch heute noch, kommen noch heute noch genug Leute, aber dass man auf die Idee kommt, dass die Nation abschifft und dass das in der breiten Masse geteilt wird, dass das dann die Leute auch sagen, ja okay, dann machen wir mit und das wählen wir auch und so weiter. Dass das zustande kommt, das ist dann schon die Voraussetzung, dass so ein Vernichtungsprogramm sich durchsetzt. Insofern, rein inhaltlich gesehen, wenn man sich einfach anschaut, was der Moslem-Hass oder der Rassismus gegen Moslems heutzutage, ich finde Islamophobie ist immer so, das Wort Islamophobie ist schon so ein abschwächender Scheiß, weil in dem Begriff Islamophobie steckt eigentlich schon drin, da hat man Angst vor irgendwas, als ob es um Angst ginge beim Rassismus. Ein Bullshit, deswegen sage ich Rassismus gegen Moslems zum Beispiel, der ist inhaltlich nicht dort, wo der Rassismus gegen Antisemiten dann war, nämlich zu einer Vernichtungsideologie geworden, das ist ja heute einfach nicht. Also, wenn man sich das anguckt, kann man sagen, na gut, kann sich vielleicht noch so entwickeln, aber gibt derweil erstmal keine Anzeichen dagegen. Das ist ein normaler staatsbürgerlicher Rassismus, der sortiert die Menschen für den eigenen Staat anhand der Art und Weise, wie er sie nützlich befindet und der Moralismus macht das dementsprechend im Volk und dabei bleibt es jetzt erstmal. Machen wir den nächsten? Der war eher eine generelle Frage zum Rassismus, würde ich gerne einfach geschwind was zu sagen. So, mein Großonkel sagte früher, als ich ein Kind war, die Holländer könnten kein Auto fahren und würden mit ihren Wohnwagen die Autobahn blockieren. Ist das rassistisch oder ist das ein Stereotyp? Das ist jetzt in der Form, wie du es geschrieben hast, ist das erstmal nur ein Stereotyp. Ich kann mir gut vorstellen, dass daraus eine rassistische Ableitung folgt, also dass er sagt, das ist, weil sie Holländer sind. Aber momentan ist es nur so, also die Holländer, die Leute, die er als Holländer identifiziert, die können seiner Meinung nach nicht Auto fahren. Vielleicht gibt es ja tatsächlich in Holland ganz andere Richtlinien für Fahrerlaubnis oder sowas und vielleicht fahren auch alle Wohnwagen und sind deswegen relativ breit erschick auf den Straßen unterwegs. Das kann natürlich auch gegeben, also reale Gegebenheiten widerspiegeln. Es ist die Frage, was ist seine Erklärung dafür? Und wenn seine Erklärung ist, das ist so, weil sie Holländer sind und ein Holländer könne gar nicht ordentlich Auto fahren und ein Holländer hat irgendwie eine genetisch-intrinsische Motivation, einen Mondwagen zu kaufen, dann wäre es ein Rassismus. So in der Ausrüge, die du getroffen hast, erstmal Stereotyp, da müsste man mal fragen, aber warum eigentlich? Dann könntest du den Knackpunkt aufmachen. Ja, wir haben ja auch öfter drüber diskutiert hier im Trio, so dieses Beobachtung, also tatsächlich irgendwie Beobachtung, ob die jetzt richtig oder falsch sind, mal dahingestellt, aber so anekdotische Beobachtung und der Abgleich zum Rassismus. Italiener essen gerne Spaghetti. Ist das jetzt rassistisch? Rassistisch wäre es dann, wenn man sagt, na, die essen Spaghetti, weil sie Italiener sind. Was aber dann umgekehrt auch irgendwie so eine komischen Ergebnisse haben müsste, wie, ja, wenn Daniel jetzt morgen Spaghetti ist, dann ist er auch irgendwie Italiener. Keine Ahnung. Also, insofern, es ist natürlich klar, die italienische Küche hat viel Pasta, also viel weniger, als man glaubt, wenn man hier so in Deutschland zum Italiener geht, dann gibt es halt nur Pasta oder Pizza. In Italien ist das schon mal nicht so. Aber ey, die haben Pasta einfach und richtig gut überall so und das essen die gern. So, fair enough. Geheißt es, jeder Italiener isst Pasta? Ne, meint man wahrscheinlich auch nicht, wenn man so eine Beobachtung macht, oder? Aber wenn man jetzt wirklich sagen will, das macht aber niemand, also deswegen, ich mach mal in Klammern, das macht kein Mensch, das macht kein Mensch. Aber wenn man wirklich sagen will, die Italiener essen Pasta, weil das ist in ihrem Blut, das ist per Natur so. Und wenn sie nicht, wenn sie nicht Pasta essen könnten, dann würden die eingehen oder sowas. Ja, das ist schon, das ist ein rassistischer Fehler auf jeden Fall. Was, was, wann, aber dieser Fehler ist so lächerlich an der Stelle, dass niemand macht. Wann macht dieser Fehler Sinn? Wann scheint er Sinn zu machen? Ja, gerade dann, wenn man sich die Frage stellt, die Eigenschaften, die der da demonstriert, die ich da in dem beobachte, wie passen die eigentlich hierher? Wie passen die eigentlich zu dem, was ich moralisch gebiete, was hier zu sein hat? Dann macht es auf einmal total Sinn und dann kann man sagen, ja, weil die immer passt, Pasta, Pasta nicht, sorry. Pasta, Pasta nicht. Aber, ja, keine Ahnung, haben wir ja schon jetzt tausend Vorurteile durchgegangen, Faulheit und ungebildet, was auch immer. Also, dann, das sind dann halt die Urteile, die man hat, weil man schon rangeht mit der, mit dem, mit dem Fahndungsstandpunkt zu sagen, wer ist hier, wer macht hier was gegen meine Nation und dann den moralischen Maßstab anlegt an die Leute, da eine Diskrepanz sieht, guck mal, die Farbigen da, die verhalten sich immer so und so und dann jetzt versuchen möchte, diese Diskrepanz zu erklären aus deren Natur heraus. Das ist dann eigentlich die Natur von dem Rassismus. Mir ist tatsächlich aber jetzt gerade akut ein, ein, ein waschechter Rassismus eingefallen, sogar ein positiver, der im Alltagsgebrauch zumindest in meiner Jugend relativ häufig war und das ist tatsächlich, die Schwarzen hätten den Rhythmus im Blut. Das ist dann tatsächlich ein waschechter Rassismus. Das ist noch nicht mal negativ gemeint, das ist nicht so, das Bluesmusiker Freedival, sondern das ist tatsächlich affirmierend gemeint. Also die können besonders gute Bluesmusiker sein, weil sie das eben im Blut haben. Das ist dann am Ende des Tages wirklich einfach ein waschechter Rassismus. Eine Erklärung von irgendeiner musikalischen Begabung aus der Natur dieser Gruppe, aus der Natur dieser Ethnie heraus. Was sagt der Generalsekretär? Stimmt er zu? Schnaht, ich glaube, er ist einfach. So, nächste. Da ging es jetzt ein bisschen ab im Chat, wir konnten nicht so richtig folgen, aber Marek, falls du irgendwas gesehen hast, wo wir nochmal antworten sollen, einfach markieren, wir können auch nochmal neu hinzufügen. Julian fragt, naja, wenn die Nazis einen Begriff von Kapitalismus hätten, wäre die Kritik ja nicht verkürzt. Das Argument von Adim war, dass es deswegen nicht von verkürzter Kapitalismuskritik, dass man deswegen nicht von verkürzter Kapitalismuskritik sprechen kann. Der hat, scheint mir irgendwie Teil von einer Diskussion, genau sowas. Ach, das ist schon geklärt. Das ist schon geklärt, der hat das mehrfach, genau. Achso, okay, okay. Alles gut. Verkürzte Kapitalismuskritik ist dann wirklich auch was Moderneres. Also das ist nicht, ich glaube, verkürzte Kapitalismuskritik wird dann nicht gesagt in Bezug auf die Nazis, sondern wird meist dann gesagt in Bezug auf halt neue Kritik, die in dieser Logik folgt, nämlich dieser Personalisierung. Aber ist schon geklärt, deswegen lassen wir das jetzt mal sein. Gut, gibt es noch mehr? Nee, das war's. Das meine ich. Dann tatsächlich als kleiner Ausblick, wir schließen diesen Zündfunk jetzt noch ab und dann haben wir noch einen Kommentar hinten raus. Aber erst mal, wir werden auch die Kommentare ähnlich wie bei Faschismus und Rassismus sehr eingehend sichten und werden dann eine Sammelfolge machen mit Faschismus und Entschuldigung, Antisemitismus falsch erklärt, werden uns der gängigen Antisemitismus Begriffen stellen und die mal schauen, auf Richtigkeit prüfen, werden aber auch auf Kritik in den Kommentaren dann näher eingehen. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann sharet, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über Paypal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.